. Tschüss. Sei ein Notruf, Kühner. Ich bin in einem Kofferraum gefangen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin entführt worden. Es ist extrem wichtig, dass du so lange wie möglich in der Leitung bleibst und versuchst, uns einen genauen Standort durchzugeben. Alles wird wieder gut. Sag mir, was Sache ist, oder hast du Angst, mich einen Tag zu versauen? Ich kann meine Beine nicht bewegen. Warum bin ich hier eingesperrt? Hast du das noch was? Die haben mich ausgesucht, weil ich deine Tochter bin. Vielleicht haben die jemanden beauftragt, diese Miesenschweine. Wir müssen denen glauben. Wir haben keine andere Chance. Weißt du, wo die Waffe ist? Wir fühlen uns! Versuch, um alles zu achten, was uns sagen könnte, wo du dich befinden willst. Ein brechliches Wort an die Polizei! Um 4.30 Uhr werden die mich kalt machen. Ich will nicht sterben. Ich habe ihn. Lasst mich jetzt! Wir haben angehalten. Nach mir aus! Wir haben angehalten. Untertitelung des ZDF, 2020